Im Jahr 1929 entdeckt Peter, ein einfacher Stummfilmpianist, sein Talent, die laufenden Bilder zusätzlich durch Geräusche mit dem Mund zu untermalen, was ihm einen solchen Erfolg beschert, dass er sich von seinem Leben und seiner Geliebten entfernt, bis er erkennen muss, was wirklich für ihn zählt. Untertitelung des ZDF, 2020